Hallo! Ich bin jetzt nach Köln gezogen und mache jetzt eine kleine Roomtour. Ich zeige euch mal meine Bude. Da koche ich! Da fick ich! Da kacke ich! Damit mache ich die Kacke weg! Hi! Ich bin jetzt nach Köln gezogen und das hier ist meine neue Bude. Und was bedeutet das jetzt für euch? Richtig! Nix! Denn ich werde auf diesem Kanal hier weiterhin nur beschissene Witze machen. Mach zu, ihr Trottel! Okay, nein. Erstmal natürlich neuer Hintergrund, den ich unfassbar geil finde. So wollte ich mein Wohnzimmer schon immer haben. Dann werde ich noch versuchen, ein paar Projekte umzusetzen, die ich im Kopf habe. Wann weiß ich nicht. Ich bin gerade mitten im Abi. Ich mache das einfach, wenn ich Zeit habe. Meine ganzen Ideen habe ich übrigens da vorne auf diesen Whiteboard aufgestellt. Das könnt ihr aber von hier aus nicht sehen. Und jetzt, nach Monaten, seit dem Offset bei Endemol, könnt ihr jetzt endlich wieder diese wunderschöne Autogrammkarten erkannt haben. Um diese Teile zu bekommen, schickt ihr einen Brief mit frankiertem Rückumschlag, wo logischerweise eure Adresse draufsteht, in die neue Adresse, die unten in der Videobeschreibung steht oder in meiner Kanal-Info. Sehr gerne nehme ich auch wieder eure Zeichnungen, Wichstücher oder alle anderen Sachen an, die ihr mir schickt. Hier, 5 Jahre Fanpost. Ich habe nichts weggeschmissen. Hier, das bin ich. Da küße ich jemanden, den ich nicht kenne. Sehr gerne könnt ihr auch bei mir vorbeikommen. Seid euch aber bewusst, dass ihr nicht weiterkommt als vor meiner Haustür. Wenn ihr wegen irgendwas als Scherz oder Ernst Fragen an mich habt, dann stellt sie mir jetzt unten in den Kommentaren. Denn ich will wieder eine neue Folge 80 Jam drehen. Da habe ich wieder Bock drauf irgendwie. Ansonsten war es das von mir. Tschüss, haut raus, abonniert meinen scheiß Kanal. Bis demnächst. Like und abonnier, YouTuber!